Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Ja, ähm, können wir gleich mal zu Beginn ein Medipack schlucken? Ne, wir haben keins. Ja, wir haben letztes Mal gegen den Fetty hier gekämpft. Der irgendwo... Nö, das ist weg. Äh, ja, der uns hier ein bisschen töten wollte. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal weiter. Achso, wir müssen ja hier gar nicht hin. Wir müssen jetzt in den Aufzug rein. Also, wollen wir das mal tun? Tastatur mal zurecht drücken. Und dann haben wir hier ein Videoloch. Das ist Meuterei. Ich bezichtige Sie alle der Meuterei. Kein, sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Missiles für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terrence, bitte. Es tut mir leid, Ben. Aber ich kann Sie das nicht tun lassen. und mir bin es bitte. Verrieter. Tretzer. Halst jetzt seinen Kopf. Mörder. Haltet ihn fest. Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. Oh Mann. Der Doktor. Was tut der denn bloß? Boah, das zeigte ich schon wieder so geduldet. Find ich nicht cool. Hey, wie lange... Wie lange... Waren wir den Aufzug. Ich hasse es, den Leute auf einmal losschauen. Wir müssen da, da was. Hier war der Aufzug, ne? Ja, hier haben wir noch mal Brennstoff, aber Medi-Packs finden wir hier gar nicht. So, hier haben wir eine Speicherstation, die löse ich jetzt eigentlich mal nicht. Da haben wir ein Schema, und zwar die leise Kamel. Hört sich doch episch an. Da muss ich noch nicht zu fällig rein. Wir spassen, ich wusste es. Oh, trotzdem habe ich mich erschrocken, ey. Oh, das ist so dämlich. Nächstes Mal balle ich einfach gleich drauf. Flipperkling! Was haben wir hier? Eine Stasi-Station. Oh, geil. Ja, füllen wir meine Stasi wieder auf. Ich hab nämlich nichts mehr. Gut. Hier lang? Ja. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Was für Verzerrungen? Ich verstehe es nicht. Wow. Ah, okay. Diese Schwerkraft. Lass mal Energie. Was, ich schon hier lang? Ich bin doch mal so unsicher. Ach, wer weiß ich auf einmal aus. Na ja. Kriege ich dafür nochmal Plasma-Energie. Jetzt kriege ich gerade wieder mehr Plasma-Energie. Vorher habe ich fast nichts bekommen. Ach, der lebt noch. So, jetzt nicht mehr. Bitch. Jetzt habe ich viel Muni habe ich noch für die. Das Teil. Okay, noch geliebt. Von dem habe ich Plasma-Energie bekommen. Und von dem ein kleines Midi-Pack. Oh, noch. In der Tafel. Ziemlich verarschen. Ein Stasi-Pack. Ich halte mal wieder zu einem Shop. Ich habe hier einmal zwei Schemas. Die müsste ich mal aktivieren. Aber solange, dann hebe ich mal das Midi-Pack auf. Ich schlürfe das und dann kann ich die Teile auch wieder aufheben. So. Ich wechsel mal nochmal hier zu der... What the fuck? Was war das? Ich muss hier lang. Ach, okay. Das scheint der gleiche Weg zu sein. Ach, nö. Schon wieder so ein keppes Vieh. Was soll ich denn da tun? Und ich bin tot. Das ist doch wunderschön. Nein, ist es nicht. Mann! Kann ich doch nicht riechen, dass der auf einmal um die Ecke kommt. Mann, 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 Mann. Das ist aber auch doof. So, welche Waffe werde ich denn jetzt am besten gegen den Typ aus? Die hier? Ich glaube... Ja, jetzt kommt er gleich. Ja, das ist doch gewusst. Was ist das? Was ist das? Warte mal, ich muss mich verraten. Ist das jetzt tot? Energieknoten. Fick dich! Mann! Das hat mich jetzt... Munition ohne Ende gekostet. Jetzt muss ich doch wieder hier... ...da hingreifen. Boah, jetzt würde ich hier nochmal rüberklingen. Mann, Mann, Mann. Was wurschtelt da rum? Natürlich muss ich hier lachen. Wie die Kette. So, wollen wir sie jetzt wieder zurück. Okay. Oh, wie es habe ich jetzt wieder ein bisschen Leben. Aber die großen Viecher gehen mir schon ziemlich auf die Eier. Ja. Hm, okay. Upsala. Hahaha. Scheiße. Ja, da sind wir auch mal, als das blabbelt. Kann ja mal vorkommen. Loslassen. Puh. 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 Schandert jetzt. Bla 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 So, bei dem hier musste ich aufpassen. So. Ich höre doch, dass da wieder was ist. Ich wusste es. Aber nicht mit mir, mein Freund. So, was hast denn du mir Schönes? Nichts! So unhöflich. Der Typ, der hat mir wenigstens was dagelassen. Und zwar was richtig geiles. Ein paar Ripper-Klingen. So, ich speichere jetzt doch mal eben. Das hier unten können wir löschen. Keine Ahnung, warum das da ist. Das hat keine Daseinsberechtigung. So, annehmen. Und wieder den Aufzug hoch. Oh, ich werde da oben warten. Da geht da irgendwas böses auf mich. Ich bin sehr schön. Gut, gut. Du, gut. Du, gut. Es fehlt so auch auf... 내 Fahrstuhlmusik. Ich frage mich nicht mit der Polizei. Wow! Wow! Aufmerksam, aufmerksam! Dude! Oh, dann noch mal eins. Wie viele denn? Nochmal? Puh, Ruhe. Impuls. Indy-Pack. Das schlürfen wir gleich mal. Oh, was ist das denn? Brennstoff. Puh, darauf war ich ja jetzt gar nicht vorbereitet. So, aber... woher muss ich jetzt...? Ich muss jetzt wieder zu dem Typ da, ne? So. Na du? Guck nicht so blöd. Sag irgendwas. Äh war ich jetzt schon richtig? Ne. Hä? Das die muss hier runter. Guck den mir einfach ran. Was fällt denn dem ein? So wo muss ich jetzt dann? Ich habe keinen Plan. Äh? Wohin? Ach. Wieder hier rein? What the fuck? Muss das jetzt einen anderen aufziehen? Ok ich glaube ja. Ah. Welche Ebene muss ich denn? only. Ah no. Ist das so fervorrend. ich bin eindeutig falsch sorry Typ ich komme später wieder und ich bin immer noch falsch ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren die anderen, naja, bringen Leichen dazu, die anderen zu infizieren und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler ok, das ist uncool Ripper klägen und eine Speicherstation und ich gucke mal auf die Uhr oh ok, der Part ist schon wieder vorbei das geht auch immer schnell ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns genau an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder bis dann 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 Vielen Dank.